Willkommen bei Mein Ökostrom, dem Kundenportal der Ökostrom AG. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zu Ihren Produkten und Rechnungen, zu Zählerstand und Umzugsservice und können eine Nachricht an unseren Kundenservice schreiben. Rasch, bequem und rund um die Uhr. Doch zuerst müssen Sie sich bitte einloggen. Und zwar mit Ihrem Benutzernamen oder Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort. Diese Zugangsdaten haben wir Ihnen bei Ihrer Ökostrom-Anmeldung per E-Mail zugeschickt, denn wir haben Ihr Benutzerprofil bereits angelegt. Sie haben Ihr Passwort vergessen oder es ist nicht mehr aktuell? Keine Sorge. Klicken Sie einfach auf Passwort vergessen. Wir schicken Ihnen umgehend ein neues Passwort an Ihre hinterlegte E-Mail-Adresse. Geschafft! Willkommen auf Ihrer Main-Ökostrom-Seite.